hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft breadwars mit mir dem tobi und dem flory hey andere wörter für lutscher sind mungmasse am stil schnuller oder heftiges schimpfwort richtig weil das ist österreichisch nein was was für dieses am stil das ist das österreichische wort dafür das ist ein bisschen netter lecker ja lecker 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 rassismus was das ist es muss werden die rieber das nutzer lecker haben spiel nieder wo ja wir gehen die blöcke aus fünf stück 1 und weg und wir haben die beide gerade nicht als unter Monika heißt Fotzenhobel Flo, dein Internet ist gerade nicht so Bombe jetzt geht's, jetzt geht's wieder Du musst nur annehmen Fotzenhobel Ey Felix, du bist schon so ein Fotzenhobel Nein, schon so eine Schon so eine, du Spast, ey Weißt du, mit dir brauche ich gar nicht mehr zu reden Felix, du bist ein munter Monika, freu dich mal lieber Alter, das wollte ich gerade machen, ihr Penner Ach, Moment, ich bin blau, ne? Ja, cool Diese Folge schon wieder, das wird gleich ein 1,2,1 Hä, nein, ich hab den blauen in der Mitte geboxt Larry lutscherte jetzt seine eigenen Spiele Ey Felix, bitte, lass mal Das war unnötig, ich hatte 5 Gold dabei Was hat er denn gemacht? Arschgeweih heißt, glaube ich, Schlampenstempel Ne, warte, Orsch wie Gnette Oder so Orsch wie Gnette heißt Arschgeweih Ne, warte, Orsch wie Gnette oder so Wie Gnette ist auf jeden Fall dieses, das habe ich Okay, warte, haltet euch fest Rosentasche ist Rosensack Türk, Türklinke ist Türschnalle Bett ist Bettbank Kühlschrank ist Eiskasten Sessel ist Bach So, was? Eiskasten, so richtig primitiv Von 1900, ja, da steht man Eiskasten Wohin soll der Eiskasten? Okay, süßes Mädchen heißt Gstia, Gstia Okay, das kann ich nicht Mann, das ist langweilig Ich weiß, ja, da ist gut Also, männliches Geschlechtsorgan heißt Beidel Ja und? Ey Felix Ja, das ist Kleines Bier ist Seide Ist das was? Ein großes Bier ist Krüger Ey, ist das jetzt türkisch oder österreichisch? Nein, österreichisch Stoff Ach, wie komme ich auf türkisch bei? Okay, warte Entschuldigung Nee Tirolerisch Ja, das ist ja Das ist ja auch so die Wampe Das kann man 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 ja sogar hier sagen Leute, ihr müsst rot mit, ich bin da Und es leckt Das leckt mega Das kann man ja auch hier sagen Tatsächlich Ja, du hast voll die fette Wante Richtig, Flo Was? Alter, abgelutschte Kamelzähnen Eisen Abgelutschte Kamelzachen Was für ein Wörterbuch Scheiß hast du da Dann, dann Ihr Schlafen Ihr Hau mich in die Hapfen Ihr Hau mich in die Hapfen Ihr Hau mich Ihr Hau mich in die Hapfen Ja, freilich Ich glaube ich Ich glaube ich Hau mich in die Hapfen Ja, der hat mich eingebaut Welcher Spannung? Deine Mutter Also ich nicht Ja, was ist deine Mutter? Ich bin so ein bisschen müde Ich glaube ich hau mich in die Hapfen Flo, geh weg, Flo, geh weg Guck mal, ich komm von oben Ganz ist alles ziemlich easy getrackt Hi Ja, ich bin durch, hab's War eigentlich auch ganz ziemlich easy getrackt Ja, jetzt kommen sie alle natürlich Aber ich hab das Bett gekriegt Ist alles ziemlich easy getrackt Jetzt haben wir Ich dachte wir wurden einfach Du bist alles ziemlich easy getrackt So was gibt's hier noch Überheblich heißt übrigens präpotent Ja, du bist auch impotent Felix, das gehört, du bist präpotent Oh, nein, das war scheiße Oh, Felix, was tust du? Echt jetzt? Ich will Ich will Ich will Brudern Brudern Ach so Ja, ich glaube, ich gehe mal mit meinem Gesicht schlafen Das macht irgendwie keinen Sinn Ich glaube nicht, dass das stimmt Ja, als ob die Seite stimmt, Tobi Ey, komm! Nein, nein, ein paar Sachen stimmt Ja, paar vielleicht nicht Ja, aber nicht so miteinander schlafen Das wird nicht schlimm Aber dann nicht Mundharmonika, ey Doch, doch, wo wetten wir? Alter, also von War der Adrug der Wixen Von Zuhörer Von Zuhörer Ja, aber guck mal, ey, ich meine, die haben auch, ich hau mich in die Hapfen Komm schon Ja, das kann ja stimmen Dann, was gibt's noch? Hackeln heißt Arbeiten Ich kenne das Wort auf Deutsch noch nicht mal Hackeln Hackeln Jo, Bro, wir hackeln ein bisschen Dann, was gibt's noch? Wixgriffel, äh, wix Ja, aber komm, gib mir mal ein bisschen Eisen Ey, ey, Felix Stem, test Heißt Wixgriffel wirklich Hände? Was, das weiß ich nicht Ey, Felix, Felix, kannst du mir das, äh, Gold geben? Alles, bitte Das wäre mir Das ist schön, Alter, ich freu mich Das wäre mir eine Ehre, wenn du mir 15 Gold geben würdest Leute, äh, wenn ihr Österreicher seid, dann, äh, kommt auf jeden Fall auf den Test Dann könnt ihr euch mal richtig schön auf Österreichisch mit dem lieben Felix unterteilen Auf Österreichisch, weißt du? Als wäre jetzt eine eigene Sprache wäre Ey, Felix, bitte, bitte rede jetzt mal nur Österreichisch Das heißt, Deutsch mit Österreichischem, mit Österreichischem Akzept Nein, es ist definitiv eine andere Sprache Dann ist es deutsch mit Österreichischem Akzept Ja, freilich Neuletwegen doch alle sechs verdroht Ja, nein, nein, jetzt ist es einer tot, aber jetzt, die haben alle voll Alle, ich komm aus Deutschland Wer es glaubt Die haben alle volles Sekül, aber einer ist tot Der kein Volles Sekül, warte Als ob du aus Deutschland bist, ja komm, Felix Kannst nicht wahr Ich glaube, ich hab mich jetzt in die Hopfen Hauer Aber Felix, dann, wir antworten mir doch mal eine Frage Warum kannst du österreichischen Akzent? Wenn du aus Deutschland kommst Doch, reg dich mal auf! Und Deutsch lernen, Deutsch kannst Ich... Ich hab das jetzt gelb Mach so gut Ey, es gibt, es gibt noch Orchka... ne, Orchkatzelschwarf Da ist irgendwas mit, ähm, ich weiß, da ist irgendwas mit Eichhörnchen Orchkatzel heißt Eichhörnchen Ja, ist der Schwanz eines Eichkätzchens Ja, siehst du? Aber der meinte Eichhörnchens Wie heißt das? Eine streitsichtige Ehefrau ist eine Bisskuren Eine Bisshure? Ein Fußgänger ist ein Fußgeher Ein... Tomaten sind Paradeiser Äh, Paradeiser kenne ich sogar Ja, ich hab einfach gut runtergehauen Diesen Begriff, ähm... Ich spiel einfach nicht Ich such lieber sowas auf Ja, mach das Äh, raus Äh... Wir brauchen dich eh nicht Alter Wollte ich auch so sagen Nee, heißer Sako Schwammer heißt Pilze Lustig ist lustig Wow, auch lustig Lustig, lustig, tralalala Baldi 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 Österreichisch... Österreichischisch... Schwiss Alter, ein schlechter Schwimmer ist ein Gummiant Hey, verschwinde Hey, Tobi Hupfengatsch Hupfengatsch Tobi, bitte rät dich mal kurz vom Spawnpunkt weg Japanisch Ne, österreichisch Ne, österreichisch Tobi, bitte beweg... Tobi, bitte beweg dich mal kurz vom Spawnpunkt weg Hab ich doch Ja, gut, danke Weil, sonst stehen da gleich alle ineinander und es wär ein Problem Schnoffeltrumpel Ja Ey, Düpfelreiter Ey, Düpfelreiter ist ein kleiner Mensch Ein Bergsteiger Ein Opferstock ist ein Behälter für Spenden in der Kirche Ja Ja Dann, was gibt's noch? Nein, ich muss jetzt erstmal die Folge beenden Ja, meine lieben Leute, das war eine Folge zu dritt, aber eigentlich nur zu zweit, weil der Tobi eh nichts gemacht hat Auf jeden Fall haben wir trotzdem gewonnen Wenn's euch gefallen hat Ey, Leute Lasst bitte ne positive Bewertung für den armen Felix da Und ein Herzchen in den Kommentaren Richtig Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Abonniert, um nichts mehr zu verpassen Und dann haut da rein Und tschau Stopp, 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 stopp Spendet an Kinderhilfsorganisationen, damit sie dem armen Felix helfen Oder spendet einfach an uns Wir behalten das ganze Geld Tschüss 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 Tschüss